In der Tavern of Fine Brandy, London, England, 1895, kurz vor Mitternacht. Ben, für heute habe ich genug. Ich mache mich mal auf den Weg. Hier haste ein Sovereign. Deckt der, was ich schuldig bin? Na dann, gute Nacht. Major Cecil Malone, der Dritte im Bunde, seines Zeichens Militärarzt in ihrer Majestät Armee im Ruhestand, verließ Schlag Mitternacht, stockbesoffen die Tavern of Fine Brandy. Leise vor sich hin, kichernd und prabbelnd, wankte er die kopfsteingeplasterte Straße hinunter, wobei er sich von Laternenfall zu Laternenfall langsam vorarbeitete, nicht ohne eine entsprechende ausgedehnte Pause unter jeder einzelnen Gaslichtquelle zu machen, um kurz zu verschnaufen. Sabbernd versuchte er sein Schritttempo dem monotonen Klang von Big Ben anzupassen, was ihm aber nicht wirklich gelingen wollte. Eben stand er wieder unter einer Laterne, heftig mit dem Gleichgewicht kämpfend, als ich mich ihm endlich zeigte. Ich war schon länger hinter ihm her. Geduldig hatte ich ihn ausspioniert, hatte den günstigen Augenblick abgewartet, der jetzt gekommen war. Für ihn musste es nahezu gespenstig sein, wie sich aus den grau-weißen Nebelschwaden, die von der Themse heraufwaberten, langsam der schwarze Umriss meiner Gestalt herausschelte. Ich, ich näherte mich ihm langsam. Malone stutzte und riss die Augen weiter auf, um in dem schummerigen, zerfasernden Gaslicht besser sehen zu können. Er merkte bei meinem forschen Schritt auf und musste unweigerlich daraus schließen, dass ich eindeutig dem Militär zuzuordnen war. Denn die Art und Weise, wie die Absätze meiner Schuhe auf das Kopfsteinpflaster trafen und jener ureigene Rhythmus, den nur jemand an den Tag legt, der sich den soldatischen Stechschritt angewöhnt hat, war nun einmal unverkennbar. Es wird doch wohl nicht der Nachtwächter sein oder gar eine Polizeistreffe. Da wär ich ja schön angeschmiert. Kurz vor ihm blieb ich reglos stehen und musterte ihn eindringlich. Er hatte sich kaum verändert, wenn man von den erkrauten Schläfen und den tiefen Pfirschen in seinem Gesicht absah. Wer, wer, wer sind Sie? Was wollen Sie? Statt einer Antwort trat ich noch einen Schritt weiter vor. Sie sind kein Polizist, nicht? Sie sind, äh... Er brach stockend ab, als der Schein der Gaslaterne auf mein Gesicht fiel. Äh, dann lächelte er überrascht. John, ja, ja, du liebe Güte, wo kommst denn du so plötzlich her? Es muss ja vor einer Ewigkeit gewesen sein, dass wir uns zuletzt gesehen... Ähm, ähm, ähm... Was, ähm, was, was willst du mit dem Schießeisen, John? Verdammt noch mal! Bist du übergeschnappt, nimm das Ding runter! Diese Art von Scherz ist mehr als unpassend! Ich, äh... Und dann wurde er urplötzlich völlig nüchtern, als er verzweifelt in die Mündung jenes British Bulldog schaute, den er als Soldat auch besessen hatte. Äh, äh, er erkannte zumindest in mir seinen ehemaligen Kameraden, den er schon einige Jahre nicht mehr gesehen hatte. Genauer gesagt, seit damals, als ich mitten im zweiten Anglo-Afghanischen Krieg verwundet und dann kriegsversehrt nach Hause geschickt worden war. John! Was... 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 Was soll das? Was ist hier los? Doch, ich gab keine Antwort. Stattdessen hielt ich den Lauf der Faustfeuerwaffe meinem völlig Verblüfften gegenüber zwischen die Augen und drückte, ohne zu zögern, den Abzug durch. Malone schlug, den Kopf von der Aufschlagwucht des Treffers nach hinten gerissen, gegen den Gaslaternenpfahl. Der ehemalige Militärarzt rutschte mit gebrochenen Augen langsam am Laternenpfahl hinunter, bis sein Körper schließlich in sitzender Stellung zum Halten kam und sich schnell eine Blutlache unter ihm bildete. Ich bückte mich zu ihm herab und steckte Nummer drei, das etwa handtellergroße viereckige Papier ins Reverse einer Jacke, auf dem die Eingewalten den Grund für seinen Tod erfahren würden. Dann erhob ich mich und tauchte befriedigt im Nebelmeer der Londoner Nacht unter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 PuzzleCat Entertainment präsentiert Sherlock Holmes und Dr. Watson Die alte Webley Ein Sherlock-Holmes-Intermezzo aus den bisher noch unveröffentlichten Fallnotizen des Dr. John Hamish Watson. Die alte Webley In London, England, 1895, Vormittags Watson, Sie sollten sich ein wenig beeilen. Ich kann mir zwar vorstellen, dass das Reinigen Ihres Armeerevolvers für Sie als ehemaligen Soldaten geradezu ein heiliges Ritual sein dürfte. Allerdings frage ich mich, ob Sie wirklich in diesem Aufzug einen Offizier der Armee Ihrer Majestät empfangen wollen. Meinen Sie nicht auch? Äh, äh, einen, einen Offizier, Holmes? Ich blickte überrascht zu meinem Freund auf. Er war nach dem Erhalt eines Telegrams, das er sofort gelesen hatte, plötzlich bester Laune. Das freute mich natürlich, denn wenn er keinen Fall bearbeitete, dann konnte er geradezu penetrant ungemütlich sein. Dennoch brachte mich seine Äußerung tatsächlich in eine gewisse Verlegenheit. Ich hatte mir meinen Armeerevolver hervorgeholt, um ihn zu reinigen und zu ölen. Waffen müssen, wenn sie gebrauchsfähig bleiben sollen, eben regelmäßig gepflegt werden. Dazu hatte ich das Jackett ausgezogen und über die Stuhllehne gehängt. Dasselbe hatte ich mit der Weste getan und dazu noch die Hemdsärmel hochgekrempelt. Der Revolver lag aufgeklappt vor mir und meine Hände badeten geradezu im Waffenöl. Ja, ein Offizier. Ein gewisser Major Wayne. Sagt Ihnen der Name etwas? Ich wichte mir mit einem alten Lappen die Hände ab. Nein, Holmes. Ein Soldat dieses Namens ist mir nicht bekannt. Was will er denn? Er möchte mich in einer Angelegenheit des Militärs konsultieren. Es gehe um... um Macht. Ist das nicht wundervoll? Endlich wird mein Hunger nach geistiger Tätigkeit wieder gestillt. Ich hoffe nur, es ist keine Bagatelle, für deren Aufklärung ich noch nicht einmal das Haus verlassen muss. Ach, so schlimm wird es schon nicht werden, alter Freund. Ich klappte die Waffe zusammen und legte sie in den Eichenholzkasten. Ähm, wann will der Major denn hier sein? Oh, ich glaube, er fährt soeben unten vor, wenn mir meine Ohren und vor allem meine Augen keinen Streich spielen. Kicherte Holmes etwa. Höchst ungewöhnlich. Er hatte sich während unseres kurzen Gesprächs ans Fenster begeben und schaute nun durch die Gardinen auf die Straße hinunter. Hm, ja, exakt. Das muss er sein. Und sogar in Uniform. Haben Sie gehört, Watson? Er ist in Uniform. Also, also ist das wohl etwas wirklich Wichtiges, nicht wahr? Ich fluchte innerlich. Natürlich musste der Major im selben Augenblick vor der Tür stehen, in der ich noch nicht salonfähig war. Aber immerhin hatte ich ja selbst einmal zur Truppe gehört und die nötige Disziplin erworben, mich schleunigst wieder vollends anzukleiden und die Krawatte zurechtzuziehen. Ich schaffte es allerdings nicht mehr, die Eichenholzkiste in mein Zimmer zurückzubringen. Denn unten hörte ich bereits den Klingelzug und unsere Haushälterin Mrs. Hudson, die den Gast hereinließ. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Treppe ließ sich alsbald der forsche Schritt eines Soldaten vernehmen und das energische Klopfen an unserer Wohnzimmertür beantwortete Holmes mit einem lauten Daraufhin wurde die Tür geöffnet und ein Major in mittleren Jahren trat ein. Er war ein wenig untersetzt und da er seine Mütze unter dem Arm trug, sah man, dass er über nicht mehr allzu viel Haar auf dem Kopf verfügte. Er schlug salutierend die Hacken zusammen, dass es knallte und wendete sich mit kraftvoller Stimme an mich. Mein Name ist Peter Wayne. Ich bin Militärpolizist in der Armee Ihrer Majestät der Königin von England im Rang eines Majors. Ich hatte mich telegrafisch angekündigt und um diese Unterredung gebeten. Spreche ich mit Mr. Sherlock Holmes? Ich nahm unwillkürlich Haltung an. Dieser Herr dort am Fenster ist Mr. Holmes, Sir. Exakt. Und der Herr, mit dem Sie da gerade sprechen, ist mein Freund und Kollege Dr. John Watson Major. Und nachdem wir nun die Formalitäten erfolgreich hinter uns gebracht haben, bitte ich Sie mir mitzuteilen, weswegen Sie mich konsultieren wollten. Sie dürfen dazu gerne Platz nehmen. Der Major stutzte. Offensichtlich war ihm die Verwechslung peinlich. Natürlich, Sir. Sofort, Sir. Sehr freundlich von Ihnen, Sir. Ich bitte um Entschuldigung, Sir. Ja, ja, schon gut. Wir setzten uns. Ich untersuche derzeit eine Mordserie, Mr. Holmes, in der ich einfach nicht weiterkomme. Und da hat mir ein Kamerad, Major Murphy, Ihren Namen genannt und mir empfohlen, mich an Sie zu wenden. Deswegen bin ich nun hier. Eine Mordserie? In der Armee? Erzählen Sie, Major. Damit lehnte er sich zurück, zog seine Brouillere-Pfeife hervor, griff nach dem persischen Pantoffel, in dem er seinen Tabak aufzubewahren pflegt und begann, das Rauchwerk in den Pfeifenkopf zu stopfen. Der Major straffte sich. Dann begann er mit seinem Bericht. Seit einigen Wochen werden systematisch Männer in London getötet. Männer, die einmal zur Armee gehört haben, jetzt aber alle außer Dienst sind. Ach, tatsächlich! Watson! Bitte, Major, fahren Sie fort. Bis jetzt sind es drei. Der letzte, ein Major Malone, ehe dem Militärarzt, wurde erst letzte Nacht Opfer des Mörders. Oder der Mörderin, Major. Ich bitte Sie, Mr. Holmes! Wayne schüttelte energisch den Kopf. Er wurde mit einer Kugel Kaliber 44 aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Wissen Sie, was das für einen Rückschlag gibt? Einen solchen Schuss wird eine Frau nur schwerlich tun können. Holmes lächelte eigentümlich. Oh, Sie würden sich wundern, mein Lieber. Ich war bei der Nennung des Namens Blass geworden. Äh, 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 Major Malone? Äh, äh, ja, ja, ich kannte einen Mann dieses Namens. Er, er diente mit mir in Afghanistan. Ach, Sie waren in Afghanistan? Bei welcher Einheit? Ich, äh, war als Militärarzt beim 5. Fusilieregiment Northumberland in Kandahar. Wie? Auch Militärarzt? Ja, allerdings war ich das nicht sehr lange. Ich wurde argwöhnlich. Das Ganze bekam plötzlich eine sehr unangenehme Note. Cecil, ähm, so hieß der Malone, den ich kannte, wurde dort mein Nachfolger. Wie das? Major Wayne entwickelte gerade ein echtes Interesse an meiner Person. Ich wusste noch nicht, ob mir das gefallen wollte. Also gab ich zurückhaltend die gewünschte Auskunft. Nun, ich wurde am 27. Juli 1880 in der berühmten Schlacht von Maven, gleich meinem ersten großen Gefecht, so stark verwundet, dass ich ausgemustert und nach Hause zurückgeschickt werden musste. Verstehe, verstehe, Sir. Deswegen dann wohl auch die Pistolenkiste dort auf dem Tisch. Die hatte er also bemerkt? Ach, warum wunderte ich mich auch. Er war schließlich Polizist, wenn auch beim Militär. Und augenscheinlich nicht so einfältig wie mancher seiner Kollegen bei Scotland Yard. In der Tat. Darin befindet sich mein alter Armeerevolver, den ich nach dem Ausscheiden aus dem Dienst behalten durfte. Dann sollten Sie ihn ab sofort ständig bei sich tragen. Vor allem, wenn Sie spätabends noch einmal das Haus verlassen wollen, Sir. Äh, wie meinen? Ich war irritiert. War das etwa eine Warnung? Ach, das ist doch nun wirklich nicht so schwer zu verstehen, Watson. Der Major befürchtet, dass Sie auch auf der Liste des unbekannten Mörders stehen. Ich? Erschrocken fuhr ich in meinem Sitz hoch. Wieso denn das um Himmels Willen? Der Tote letzte Nacht. Hieß tatsächlich Cecil Malone. Und ebenso wie die beiden Opfer vor ihm, gehörte er dem 5. Fisilieregiment Northumberland in Kandahar an. Oh mein Gott! Das schlug ja dem Fass im wahrsten Sinne des Wortes den Boden aus. Ich befürchte, Sir, da macht jemand systematisch Jagd auf Mitglieder Ihres alten Regiments. Ich glaubte, die Spur eines Bedauerns in der Stimme des Offiziers zu vernehmen. Holmes verschaffte mir eine Atempause. Ja, dann hätten wir also schon einmal eine Gemeinsamkeit aller Opfer, Major. Und was können Sie uns noch über die Umstände der Morde sagen? Die Opfer wurden erschossen, sagen Sie? In der Tat, Mr. Holmes, ja. Die Opfer wurden alle zwischen 2300 und 0100 Zulu auf offener Straße niedergestreckt. Alle erhielten einen Kopfschuss von vorn. Das Kaliber war immer 44. Ja, dann kann es schon mal nicht die Waffe sein, die damals in Indien benutzt wurde, Major. Wie kommen Sie darauf? Das überraschte den Major sichtlich. Vermutlich fußte eine seiner Theorien auf diese Annahme. Holmes war wieder voll und ganz in seinem Element. Nun, die britische Armee benutzte meines Wissens nach seiner Zeit als Standardwaffe einen Adams-Revolver aus dem Jahr 1872. Eben jenes Modell, das Watson dort in seiner Eichenholzkiste aufzubewahren pflegt. Und das, Gentleman, hat nun mal das Kaliber 450. Ich nahm wortlos die Kiste, öffnete sie und hielt sie dem Major hin. Der betrachtete aufmerksam den Inhalt. Die Waffe scheint mir in einem tadellosen Zustand zu sein, Sir. Frisch gehölt ist sie auch. Sie scheint mir allerdings nicht wirklich oft gebraucht zu werden. Denn dann sehen Schießeisen anders aus. Mein Wort darauf. Ich nickte wortlos und klappte den Deckel wieder zu. Sehen Sie, Mr. Holmes, und genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter. Ich befürchte weitere Morde. Allerdings weiß ich nicht, wo und wie ich in diesem Fall ansetzen und agieren soll. Deswegen kam ich heute her, um Sie um Hilfe zu bitten. Ich bin zwar kein Neuling in meinem Beruf, allerdings ist dieser Fall so vertragt, dass ich alleine nicht weiterkomme. Holmes nickte, zog bedächtig an seiner Bruyere und blies den Rauch nachdenklich durch die Nase aus. Dann glitt plötzlich sein, mir so wohlbekanntes Haifisch-Lächeln über seine Züge. Er hatte angebissen. Ja, das dürfte ein interessanter, kleiner Fall werden. Nicht wahr, Watson? Oh ja, Holmes. Selbstverständlich werden wir uns dem annehmen, Major. Schon allein deswegen, weil Dr. Watson hier ein persönliches Interesse an der Auflösung haben dürfte. Wenn es sich um mein altes Regiment handelt, dann biete ich mich gern auch persönlich an, wenn meine Hilfe in irgendeiner Form von Nutzen ist, Sir. Ich habe da einigen Kameraden eine Menge... Ach, was sage ich da? Ich habe ihnen mein Leben zu verdanken. Können Sie mir die Namen der anderen beiden Opfer nennen, Sir? Natürlich, Doktor. Der eine war ein Lieutenant Jeremy Hunt und der andere ein Sergeant William Murray. Oh nein. Bill Murray auch? Ja, leider. Kannten Sie ihn gut? Äh, nein, äh, äh, nein, äh, nicht wirklich. Ich winkte schnell ab, mich über meine Unbeherrschtheit ärgernd. Und unter dem Eindruck der plötzlich auf mich hereinstürzenden Erinnerungen fügte ich sinnierend hinzu. Aber er hat mich nach meiner schweren Verwundung aus der Gefahrenzone getragen. Sonst hätte ich ganz sicher nicht überlebt, Sir. Ich verstehe, Doktor. Wurde Scotland Yard bereits in die Untersuchung eingeschaltet? Da es sich bei sämtlichen Opfern um ehemalige Soldaten handelt, wurde der Fall von Scotland Yard an die Militärpolizei übergeben, Sir. Wann genau ereignete sich der erste Mord? Auf den Tag genau vor vier Wochen, Sir. Haben sich alle drei Morde am selben Wochentag ereignet, oder liegt den Zeitpunkten der Morde ein erkennbares Muster zugrunde? Nein, Sir. Jedenfalls keines, was wir darin hätten finden können. Die Wochentage sind alle unterschiedlich. Nur die Tatsache ist, wie bereits erwähnt, immer dieselbe. Ich verstehe. Wer war denn der untersuchende Beamte bei Scotland Yard? Ein Detective Jones. Athelny Jones, Sir. Ach, du liebe Güte. Holmes erhob sich. Wir werden unsere Ermittlungen unverzüglich aufnehmen, Major Wayne. Wo können wir sie erreichen, wenn wir etwas für sie haben? Major Wayne erhob sich nun ebenfalls und nahm unwillkürlich Wiederhaltung an. Ich werde bis auf Weiteres nach Aldersod zurückkehren, wo Sie mich jederzeit erreichen können, Sir. Ja, das dachte ich mir bereits. Auf Wiedersehen, Major. Auf Wiedersehen, Sir. Dr. Watson. Dann drehte er sich auf den Fersen herum und verließ im Stechschritt unser Wohnzimmer. Wir hörten noch, wie er die Treppe hinunterpolterte und vor der Haustür eine Troschke bestieg, die in Windeseile abfuhr. Eine fürchterliche Sache, Holmes. Ja, 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 wo wollen Sie denn da ansetzen? Holmes sah nachdenklich aus dem Fenster. Dann drehte er sich abrupt auf den Absätzen herum und sah mich streng an. Watson, 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 wenn Sie Ihre verständliche Betroffenheit überwunden haben, benutzen Sie doch bitte wieder Ihren Verstand. Der Major hat uns doch fast alles Wissenswerte berichtet. Ah, äh, und? Ja, wir setzen natürlich zunächst bei der Tatwaffe an. Ja, natürlich, Holmes. Tja, also so wie ich das sehe, handelt es sich um keine typische Waffe, die in der Armee offiziell Verwendung findet. Nein, nein. Nein, es muss etwas, etwas Ausgefalleneres sein. Er zog wieder einige Male nachdenklich an seiner Pfeife. Welches Kaliber hat noch einmal gleich Ihre, Wolfer, Watson? Äh, das haben Sie doch dem Major eben selbst gesagt, Holmes. Äh, 450. Nein, nein, ich meine nicht den Adams. Ich meine Ihre Zweitwaffe. Ihr Taschengeschütz, das Sie immer bei unseren Fällen mit sich herumtragen, Watson. Äh, die Wabli, Holmes? Genau die, Watson. Äh, Kaliber 44, Holmes. Er hatte wieder einmal ins Schwarze getroffen. Ja, rasch, holen Sie sie, Watson. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die genaue Bezeichnung lautet Webley British Bulldog, so tue ich das mit äußerst zwiespältigen Gefühlen. Der 5-schüssige Revolver war im Jahr 1872 von Philip Webley und Sohn in Birmingham vorgestellt worden und ich hatte ihn mir kurz vor meiner Abreise nach Afghanistan aufgrund seiner Handlichkeit und seiner geringen Größe sozusagen als private Zweitwaffe zugelegt. Man konnte ja nie wissen, nicht wahr? Aber ebenfalls konnte ich damals noch nicht ahnen, dass mir das Mitführen dieses Taschengeschützes, als das es Holmes bezeichnete, in meinem späteren Leben mit dem Meisterdetektiv, in nicht unbeträchtlichem Maße zur ungemeinen Beruhigung meiner wenig strapazierfähigen Nerven dienen würde. Ich bewahrte die Waffe, wie im Übrigen auch den Armeerevolver, in dem kleinen Sekretär in meinem Schlafzimmer auf. Dort holte ich ihn aus der Schublade, griff nach dem Päckchen mit der Munition und brachte beides zu Holmes ins Wohnzimmer. Der wickelte die Webley aus ihrem Stofftuch, in das ich sie einzuhüllen pflegte und besah sich die Waffe so genau wie möglich. Er roch am kurzen Lauf und öffnete die seitliche Patronenzufuhr, um die Trommel zu prüfen. Dabei stutzte er. Sagen Sie, Watson, pflegen Sie den Revolver nicht stets nach Gebrauch und laden ihn dann auch wieder auf? Natürlich, Holmes, immer. Nun, wie erklären Sie sich dann, dass in der Trommel drei Patronen fehlen? Wie bitte? Äh, außerdem ist dem Geruch nach zu urteilen erst vor kurzem mit dem Revolver geschossen worden. Sie, äh, Sie belieben zu scherzen, Holmes. Sie wissen selbst, dass es sehr lange her ist, dass ich diese Waffe benutzen musste. Was mein Freund da behauptete, war schlicht und ergreifend nicht möglich. Er fasste mich scharf ins Auge. Watson, ich muss Sie leider fragen, wo Sie in der letzten Nacht zur Tatzeit gewesen sind. Ich war fassungslos. Verdächtigte er tatsächlich mich? Das konnte doch wohl nicht wahr sein. In meinem Bett, Holmes! Wo sonst? Sein stahlharter, völlig emotionsloser Blick schien mich zu durchbohren. Nach einiger Zeit nickte er langsam. Ich glaube Ihnen, Watson. Ich glaube Ihnen, dass Sie glauben und augenscheinlich davon überzeugt sind, in Ihrem Bett genächtigt zu haben. Aber um ganz sicher zu gehen, sollten wir Ihre Garderobe überprüfen. Äh, 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 meine, äh, meine Garderobe? Ja. Insbesondere Ihre Schuhe und die Ärmel Ihres Mantels. Äh, die Ärmel, meine Säbte, äh, 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 was soll das bitte bringen, Holmes? Wenn Sie in der letzten Nacht jemanden erschossen haben, Watson, dann werden sich Schmauchspuren an den Ärmeln Ihres Mantels finden. Und die Schuhe sind ja wohl selbsterklärend. Holmes, wollen Sie mich hier eigentlich auf den Arm nehmen? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich... Mit Glauben hat das nichts zu tun, bester Watson, sondern nur mit harten Fakten und der daraus resultierenden Deduktion. Er warf mir einen prüfenden Blick zu. Fest steht, dass in letzter Zeit drei Menschen erschossen worden sind, die mit Ihnen, Watson, in einem Regiment in Afghanistan gedient haben. Es ist ebenso eine Tatsache, dass wir hier eine Waffe haben, in der drei Patronen fehlen und aus der vor kurzem unzweifelhaft geschossen wurde. Ergo die mögliche Tatwaffe, die sich darüber hinaus auch noch in Ihrem Besitz befindet. Ja, und das alles macht Sie, verehrter Freund, leider extrem verdächtig. Holmes, das ist ja wohl die Höhe! Ja, sich derart zu echauffieren, bringt Ihnen auch nichts, alter Freund, und verstärkt den Verdacht über dies nur noch. Wie dem auch sei, man muss natürlich sämtliche Möglichkeiten in Betracht ziehen. Unter anderem auch die, dass man Ihnen das in die Schuhe schieben will. Ihre Kleidung können wir auch später noch überprüfen. Wer, wer hatte denn Zugang zu der Waffe in letzter Zeit? Ach, das, das, das wissen Sie doch ganz genau, Holmes. Natürlich ich, Mrs. Hudson, und, und ebenso Sie selbst. Touché. Er lächelte eigentümlich. Es ist also mitnichten bewiesen, dass ich etwas damit zu tun habe, Holmes. Und außerdem wäre ich ja nicht ganz bei Trost, wenn ich Ihnen, gesetzt den Fall, ich wäre der Täter, die Tatwaffe dann auch noch so frei Haus liefern würde. Elementar, Watson. Aber es spricht Sie auch nicht von jeglichem Verdacht frei. Waren Sie nicht vor vier Wochen auf einem Ihrer Ärzte-Kongresse? Das haben Sie sich gemerkt? Ich bin beeindruckt. Heute vor vier Wochen endete der Kongress in Edinburgh, und ich kam gerade nach Hause. Wieso fragen Sie? Das ist doch völlig klar, lieber Freund, weil heute vor vier Wochen der erste Mord verübt wurde. Doch so, so kommen wir nicht weiter. Wir sollten Detective Jones einen Besuch abstatten. Meinen Sie nicht auch? Jones, ja. Ach ja, Major Wayne erwähnte ihn ja bereits. Der gute alte Anthony Jones. Wenn mich nicht alles täuscht. Exakt, Watson. Er leitet die Ermittlungen. Ähm, das ist gut. Er ist ja ein alter Bekannter, das dürfte förderlich sein. Holmes nickte und zog gleich darauf eine sonderbare Krimasse. Ja, er gehört neben Gregson und Lestrade zu den wenigen wirklich fähigen Köpfen bei Scotland Yard. Sie kennen ihn ja erst seit dem Fall um das Zeichen der Vier. In der Tat. Damals hat er die ganzen Lorbeeren eingeheimst. Ja, ja. Ich allerdings bin mit ihm bereits im Fall des Juwelenraubes von Bishopsgate erstmals zusammengetroffen. Äh, den Fall kenne ich ja noch gar nicht, Holmes. Ja, das war ja auch vor Ihrer Zeit, mein Freund. Äh, wollen wir? Wollen wir? Äh, was? Äh, na, hin zu Scotland Yard, um mit ihm zu sprechen? Er dürfte uns weitere wichtige Fakten in dem Fall nennen können, nicht wahr? Das ist natürlich möglich, Holmes. Also gut. Und so brachen wir gemeinsam auf, um Detective Athelny Jones zu konsultieren. In einem Büro im Hauptquartier des Metropolitan Police Service im New Scotland Yard Gebäude am Victoria Embankment in London, England 1895 vormittags. Wir trafen ihn in seinem Büro im New Scotland Yard Gebäude an. Er trug wie damals schon einen unauffälligen grauen Anzug anstelle einer Uniform, dessen Aufgabe wohl genau das sein sollte. Nämlich unauffällig zu wirken. Der Detective war ein Hypertoniker, wie er im Buche stand. Er war klein, untersetzt und gedrungen. Verfügte über wulstige, aufgedunsene Tränensäcke, die sein rotes Gesicht dominierten und ihm das Aussehen einer Bulldogge verliehen. Dass man sich davon aber nicht täuschen lassen durfte, war mir sofort klar. Denn die kleinen, funkelnden Euklein zeigten eine erstaunliche Wachheit und geistige Regsamkeit, über die sein Äußeres und seine mürrische, unfreundliche Art lediglich hinwegtäuschten. Nein, Athelny Jones war kein Mann, den man unterschätzen sollte. Denn ohne Grund hatte er seine Position beim Yard wohl auch nicht inne. Ach, Sherlock Holmes, der einzige beratende Detektiv Londons, gibt sich die Ehre. Wieso wusste ich, dass Sie früher oder später hier auftauchen würden? Mich empörte eine solche Begrüßung. Entbehrte Sie doch nicht eines gewissen Spots, weswegen ich zu einer Entgegnung ansetzte. Na, hören Sie mal! An Ihren Manieren hat sich, wie ich feststellen muss, nichts geändert. Ich sollte Sie... Lassen Sie es gut sein, bester Watson. Detektiv Jones meint es sicherlich nicht so, wie es bei Ihnen ankam. Jedes einzelne Wort war so gemeint. Also schießen Sie schon los. Meine Zeit ist kostbar. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ach, also, also das ist doch... Doch, Holmes hielt mich wieder zurück und unterbrach meinen Gefühlsausbruch. Das ist mir durchaus bewusst, Detektiv. Nun, wir kommen in den Fällen Malone, Mary und Hunt und bitten um ein paar nähere Informationen. Jetzt verengten sich die kleinen Augen des Detektivs zu winzigen Schlitzen. Ach, das tut mir leid. Diese Fälle habe ich abgegeben. Sie sind jetzt Sache der Militärpolizei. Die uns um Mithilfe gebeten hat, Detektiv. Major Wayne hat uns in der Angelegenheit konsultiert und gebeten, Nachforschungen anzustellen. Ach, und da kommen Sie zu mir? Natürlich. Sie waren die erste Anlaufstelle. Immerhin haben Sie die Morde zunächst bearbeitet, wie der Major uns mitteilte. Das stimmt. Wir sind über die Tathergänge grob im Bild. Uns geht es um Details. Um Gemeinsamkeiten. Sie verstehen? Sehr gut sogar. Nun gut, dann will ich mal meine Akten holen. Er erhob sich und begab sich zu einem Schrank, den er öffnete und dem er nach kurzem Suchen drei schmale Aktenordner entnahm. Er kehrte damit zu seinem Schreibtisch zurück, setzte sich wieder, öffnete die Ordner und las einiges nach. Dann begann er. Also, hier die Fakten. Die Tatwaffe war in allen drei Fällen eine kurzläufige Schusswaffe Kaliber 44. Sie wurde den Opfern direkt zwischen die Augen gehalten und dann ausgelöst. Die Zielpersonen hatten keine Chance. Also, wenn Sie mich fragen, trägt das Ganze schon Züge einer Hinrichtung. Der Täter ist ein kaltblütiger Mensch, der sehr präzise arbeitet und nichts dem Zufall überlassen hat. Insoweit waren wir bereits im Bilde, Detective. Die drei Toten waren alle ehemalige Soldaten, die im Zweiten Afghanischen Krieg Seite an Seite gekämpft haben. Aufgrund dieser Fakten liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen und denselben Täter handelt und die Morde somit zusammenhängen. Ähm, es waren Kameraden von mir. Ich war in derselben Einheit. Jones musterte mich nachdenklich. Ach, äh, Watson, nicht wahr? John Watson. Hm, das ist richtig. Ich war eher dem Militärarzt beim fünften Fusilierregiment Northumberland in Kandahar. Ah, dann sind Sie ja ein potenzielles weites Opfer, Doktor. Es war nicht diese eigenartige Betonung in seiner Antwort, die ein unangenehmes Gefühl in meinem Magen evozierte. Es war sein Blick, den er nun vollends auf mich richtete. Sie sollten sich vorsehen. Vor allem, wenn Sie... Ach, wenn ich spätabends noch einmal vor die Tür gehen sollte. Ach, das riet mir Major Wayne ebenfalls. Ah, wo er recht hat, hat er recht. Holmes unterbrach unseren kurzen Schlagabtausch Rüde. Auch das ist uns bekannt, Detective. Wir sind hergekommen, um uns nach Details zu erkundigen, die der Major uns eventuell nicht erzählt hat. Weil er dem keine große Bedeutung beimaßt oder... Oder weil er es schlicht und ergreifend vergessen hat. Ich war nun nicht mehr in der Stimmung, hier weiter um den heißen Brei herumzureden. Holmes warf mir einen warnenden Blick zu. Hm. Außer, dass die Opfer alle auf offener Straße gegen Mitternacht niedergestreckt wurden, fällt mir da nichts weiter. Doch! Halt! Natürlich, da war noch etwas. Könnte durchaus wichtig sein, wenn ich es jetzt noch so recht bedenke. Ja, nun? Jones kratzte sich nachdenklich am Hinterkopf und blätterte nochmals in seinen Akten, bis er fand, wonach er gesucht hat. Dann drehte er die Mappen um und schob sie Holmes hin. Ah, hier, sehen Sie. Diese Karte hatten alle Opfer bei sich. Sieht wie eine Spielkarte aus. Holmes nahm eine kleine viereckige Karte aus einer der Akten heraus und hielt sie hoch. Sie hatte tatsächlich in etwa die Größe einer Spielkarte, war dafür dann aber wiederum zu quadratisch. Sie war einseitig bedruckt und enthielt nur eine Zeichnung, so wie es aussah. Ähm, was ist das, Holmes? Ein, 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 ein Januskopf, Watson. Nein, nein, der Januskopf! Ich bemerkte sofort, dass seine Gedanken schon wieder auf Wanderschaft gingen. Äh, der Januskopf? Doch Holmes ging nicht darauf ein. Stattdessen wandte er sich wieder an Jones. Sagen Sie, waren diese Karten bei allen drei Opfern identisch? Oder, äh, oder gab es Unterschiede, beispielsweise in der Farbe oder, oder in der Zeichnung selbst? Der Detektiv ronzelte die Stirn und kratzte sich erneut am Hinterkopf. Dann warf er noch einmal einen intensiven Blick in die Akten. Hm, nicht, dass ich wüsste. Wenn ich ehrlich bin, habe ich so genau nicht darauf geachtet. Oh, das sollten Sie aber, Detektiv. Jedes Detail kann den entscheidenden Hinweis enthalten. Aber ich, ich sehe hier nur zwei. Diese beiden sind auf den ersten Blick identisch. Wo ist denn die dritte Karte abgeblieben? Ich vermute, die hat diese Ärztin mitgenommen. Ähm, Ärztin? Welche Ärztin? Jones verzog das Gesicht. Dr. Harriet Jekyll. Sie arbeitet als psychologische Beraterin für den Yard und schnüffelt überall herum. Ähm, ich wusste gar nicht, dass der Yard seit Neuestem einen psychologischen Berater beschäftigt. Sehr fortschrittlich, das muss ich sagen. Immerhin ist die Psychologie ein recht junges Forschungsfeld. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und dann dieser Name. Ach, nun, Watson, meine Dienste, nämlich die eines, wenn Sie so wollen, kriminologischen Beraters, nimmt man hier ja auch in Anspruch. Also, warum sollte sich der Yard dann nicht auch derjenigen eines Fachmanns für die psychologischen Belange der Polizeiarbeit bedienen? Das ist eigentlich nur logisch, also folgerichtig. Aber sagen Sie, Detektiv, wo wohnt denn diese Dr. Jekyll? Und wie kann ich sie erreichen? Holmes benahm sich nun wie ein Bluthund, der eine Fährte witterte. Jones zuckte mit den Achseln. Hm, da werden Sie den Commissioner fragen müssen. Der koordiniert die Einsätze der Berater und verfügt dementsprechend auch über die Adressen. Danke, Detektiv. Kommen Sie, Watson. Und schon war er aus der Tür hinaus. Mir blieb nur noch, ihm schleunigst zu folgen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Im Innenraum einer Droschke, auf den Straßen Londons, England, 1895, um die Mittagszeit. Dass die Verbindungen meines Freundes bei Scotland Yard außerordentlich gut waren und sogar bis zum Polizeichef reichte, war mir hinlänglich bekannt. Und so wunderte es mich auch nicht, dass wir binnen kürzester Zeit im Besitz der Adresse von Dr. Jekyll waren. Dr. Harriet Jekyll. Hm, naja. Ich muss zugeben, dass mich dieser Name zutiefst beunruhigte. Nicht etwa, weil ich die Dame persönlich kannte, nein, mir war aber leider der Nachname Jekyll aus der Literatur nur allzu geläufig. Und ich ahnte, dass wir in große Schwierigkeiten geraten würden, wenn wir uns nicht entsprechend vorbereiteten. In der Kutsche musste ich Holmes einfach meine Bedenken mitteilen. Holmes, äh, ich, ähm, ja? Ich hatte das Gefühl, dass er innerlich wieder viel zu beschäftigt mit seinen eigenen Gedanken war, um mir sinnerfassend zuhören zu können. Ich, ähm, muss mit Ihnen über diese Ärztin sprechen, zu der wir da jetzt unterwegs sind. Hm, ja, das, das, das dachte ich mir, mein lieber Freund. Sie, Sie wirken schon seit der Erwähnung Ihres Namens etwas angespannt. Also, ähm, also, was bedrückt Sie denn so? Der, sagt Ihnen denn der Name nichts, Holmes? Nein, tut mir leid. Aber, aber Ihnen, lieber Freund, scheint der Name bestens bekannt zu sein, nehme ich an. Allerdings. Sagen Sie, Holmes, äh, sind Sie mit den Werken von Stevenson vertraut? Er überlegte einen Augenblick. Sie, äh, Sie meinen den schottischen Schriftsteller, der vor etwa einem Jahr verstorben ist? Robert Louis Ball für Stevenson. Ja, genau den. Ein tragischer Fall. Verstarb an Tuberkulose. Wurde nur 44 Jahre alt. Da hob Holmes theatralisch den Arm und begann urplötzlich im Stil eines alten Seefahrers laut zu singen. Fünftzehn Mann auf ner Totenkiste. Johoho und ne Pulle voll rum. Dann lachte er, für mich völlig unbegreiflich laut, auf. Das hielt allerdings nicht lange an. Bald schon seufzte er schwer und schüttelte energisch den Kopf. Watson, Watson, Sie wissen doch, dass ich mir nichts aus derartigen, frei erfundenen Abenteuergeschichten mache. Sie sind meistens der Fantasie eines kranken Menschen entsprungen. In dem Fall sogar den Fieberträumen eines Schwindsüchtigen und entbehren jedweder Realität. Ein vernünftiger Mensch sollte so etwas nicht lesen. Na gut, die Schatzinsel kennen Sie also. Aber wie verhält es sich mit der Novelle der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, die 1886 erschien? Ja, Dr. Henry Jekyll und sein negatives alter Ego Mr. Edward Hyde. Und hier haben wir es mit einer Frau Dr. Harriet Jekyll zu tun. Ja, eine wirklich interessante Namensgleichheit, nicht wahr? Sogar die Schreckweise stimmt überall. Bei diesem Lachen fuhr mir ein eiskalter Schauer den Rücken hinab. Dann nickte er zustimmend. Mhm. Diese Erzählung habe ich tatsächlich gelesen, weil es sich dabei um die fiktionale Aufbereitung eines realen Geschehens handelt, Watson. Reine Zeitverschwendung, wie ich feststellen musste. Ach, tatsächlich? Ja, der durchaus interessante, wenn gleich auch wenig spektakuläre Fall, auf den sich Stevenson in seiner Novelle bezieht, liegt wohl etwas mehr als 100 Jahre zurück. William Brody, ein schottischer Kunsttischler aus Edinburgh, erwies sich am Tag als tugendhafter Vorzeigebürger, in der Nacht allerdings als gemeiner Dieb und Räuber. Als ihm ein Streich gegen die schottische Finanzabteilung für indirekte Steuern misslang, floh er aufs Festland, wo er jedoch in Amsterdam gefangen genommen, wieder nach England zurückgebracht, eingekerkert und schließlich zum Tode verurteilt wurde. Wenn ich mich recht besinne, wurde er, ähm, 1788 gehängt. Leider hatte Brody rein gar nichts mit der von Stevenson beschriebenen Form von Persönlichkeitsspankung zu tun. Sie tragen Ihren Ruf als wandelndes Lexikon der Kriminalgeschichte wahrlich zu Recht. Ups. Nun ja, Stevensons Fiktionalisierung des tatsächlichen Geschehens gleicht doch in Stil, Form und Darstellungsweise sehr Ihren Niederschriften unserer Fälle, lieber Freund. Stevenson hätte wohl besser kein Laudanum zu sich nehmen sollen, vor allem nicht in solch rauen Mengen, denn das dürfte die psychischen Symptome seiner Krankheit noch verstärkt haben. Hm. Sie meinen, dass durch das Opium, das in diesem Modegetränk enthalten ist, eventuelle Angstzustände erzeugt wurden, die Stevenson zur Abfassung seiner Novelle inspirierten? Albträume wären nach dem Genuss dieses Teufelszeugs zumindest keine Seltenheit. Nicht wahr, Doktor? Natürlich. Das wird ja in der einschlägigen medizinischen Literatur auch immer als Folge eines erhöhten Konsums angegeben. Na sehen Sie, also alles halb so wild. Stevenson beschreibt in seiner Novelle ja auch, dass es durch die regelmäßige Einnahme einer synthetischen Droge, die er als Tinktur oder Zaubertrank bezeichnet, zur Spaltung der Persönlichkeit seines Protagonisten Henry Jekyll kommt. Exakt, Holmes. Genau so ist es. Und hier, lieber Watson, werden wir ansetzen. Aha. Und, äh, ja, was wollen Sie dann von dieser Dr. Jekyll? Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es sich hier um einen Routinebesuch im Rahmen seiner Ermittlungen handelt. Irgendetwas hatte es mit dieser Frau auf sich. Ist das nicht offensichtlich, bester Watson? Gerade Sie müssten doch eigentlich sofort verstehen, was ich von einer so ungewöhnlichen Frau will. Zugegeben, Holmes. Eine Frau mit Doktortitel ist in unseren Zeiten wahrlich etwas Besonderes. Aber ich schwöre Ihnen, dass man in den nächsten Jahrzehnten in zunehmendem Maße immer mehr Frauen zur Promotion zulassen wird. Warum auch nicht? Das Geschlecht sagt ja nun wirklich nichts über die wissenschaftliche Befähigung aus, nicht wahr? Mag sein. Allerdings hat sie, trotz ihrer fortschrittlichen Einschätzung, mein Freund, ihren Doktortitel definitiv nicht in England verliehen bekommen, was sie weiterhin zu einer interessanten Gesprächspartnerin macht. Während er sprach, kehrte er bereits wieder in seine fallbedingte typische Gedankenversunkenheit zurück und schwieg. Ich wusste, dass es nun sinnlos war, weiter in ihn zu dringen und harrte mit flauem Gefühl im Magen der Dinge, die da kommen würden. Ich wusste, dass es nun sinnlos war, weiter in den nächsten Jahrzehnten. In einer Dachgeschosswohnung in Hampstead, Bezirk Camden, London, England, 1895, am frühen Nacht. Miss Harriet Jekyll war eine schlanke, ansehnliche Frau in den mittleren Jahren, die über ein erlesenes Profil verfügte. Da sie nie verheiratet gewesen war und ebenso niemals Kinder in diese Welt gesetzt hatte, konnte ich in ihren Augen jenen seltenen Glanz erkennen und in ihren Bewegungen genau jene Anmut ausmachen, der diesen ganz besonderen Frauen so zu eigen ist. Sie bewohnte eine großzügig ausgestattete und üppige Dachgeschosswohnung im Londoner Stadtteil Hampstead im Bezirk Camden. Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie, ob unseres unangemeldeten Besuchs reserviert und abweisend, wenn nicht sogar ungehalten reagieren würde, doch nichts dergleichen trat ein. Nachdem Holmes uns vorgestellt, den Grund unseres Besuchs vorgebracht und um eine kurze Unterredung gebeten hatte, führte uns Dr. Jekyll freundlich, aber mit ernster Miene in ein luxuriös ausgestattetes Wohnzimmer, wo sie uns Platz anbot, dem eilfertig dabei stehenden Dienstmädchen Aufdruck Tee und Gebäck zu kredenzen und dann uns gegenüber in einem Sessel Platz nahm. Nun, meine Herren, womit kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Sie hatte eine für eine Frau ungewöhnlich sonore, ja fast schon hypnotische Stimme. Sie beraten den Jad in Fragen der Kriminalpsychologie? Ja, das ist richtig. Und Sie tragen einen Doktortitel, was für hiesige Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist, Miss Jekyll. Nun ja. Wo haben Sie Ihren Doktor denn verliehen bekommen? Mr. Holmes, welche Absicht verfolgen Sie mit Ihren Fragen? Sie sagten, Sie kommen in eine Angelegenheit des Jad. Inwiefern ist da mein Titel und mein Werdegang von Belang... Ich versuche lediglich herauszufinden, wer Sie sind und warum der Jad auf Ihre Expertise solchen Wert legt, Miss Jekyll. Ich sah mich genötigt, in das Gespräch einzugreifen, um zu verhindern, dass Sie aufgrund der rüden Art meines Freundes gleich wieder vor die Tür gesetzt werden würden. Miss Jekyll, ähm, Frau Kollegin. Mr. Holmes hier versucht lediglich, Sie kennenzulernen und sich ein Bild von seinem Gegenüber zu machen. Das ist wohl unumgänglich für den Aufbau eines gewissen Vertrauens, das man in den Gesprächspartner haben muss, wenn man solche Dinge erörtern möchte, wie wir sie hier vor uns haben. Daraufhin wendete sie sich mir zu und sah mich mit einem eigenartigen Blick an. Dr. Watson, nicht wahr? Ich hatte gehofft, dass Sie mich noch erkennen würden. Haben wir uns doch erst vor einigen Wochen auf dem Ärztekongress in Edinburgh kennengelernt. In Edinburgh? Ich betrachtete nun meinerseits die Dame genauer. Ich konnte mich beim besten Willen nicht an sie erinnern. Ob das schon die Vorboten des Alters waren? Ja, auf dem Kongress. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich dort studiert und mich auf die zwar noch Junge, aber höchst spannende wissenschaftliche Disziplinen der Psychologie spezialisiert habe. Das Dienstmädchen kam herein und servierte Tee und Gebäck. Ich nahm schweigend eine Tasse und rührte darin herum. Ich überlegte immer noch und fragte mich, warum ich mich an diese Frau nicht erinnern konnte. So jemand wäre mir doch im Gedächtnis geblieben. Holmes fasste, wie gewöhnlich, nichts an und fragte, ohne seinen Argwohn zu verbergen. Oh, Sie haben in Edinburgh studiert? In der medizinischen Fakultät? Wie kann das angehen? Dort sind meines Wissens nach Frauen nicht zugelassen. Seine Frage holte mich aus meinem Krübeln heraus. Da irren Sie sich leider, Holmes. Bereits 1869 gelang es einer Gruppe von sieben Frauen, die von einer gewissen Sophie Jax Blake organisiert worden war, dort das Studium aufnehmen zu dürfen. Genau, Mr. Holmes. Und zu dieser Gruppe junger Frauen, die alle durch Florence Nightingale und Elizabeth Blackwell inspiriert waren, gehörte auch ich. Im Anschluss ging ich dann nach New York, wo ich meine Studien bei meinem Vorbild, Elizabeth Blackwell, vervollständigte und Mitte der 70er Jahre den Grad eines medizinischen Doktors erwarb. Hm, eine bemerkenswerte Karriere, meine Liebe. Als ich nach England zurückkehrte, war ich durch Friedrich August Rauch, der das erste Lehrbuch der Psychologie verfasst hat, Herbert Spencer, Pulbrokas Neurophysiologie und Charles Darwins vergleichende Verhaltensforschung so geprägt, dass ich begann, mich ausschließlich darauf zu konzentrieren. Reicht Ihnen das vorerst als Qualifikationsnachweis meiner Kompetenzen? Oder bedarf es noch weitere Expertisen oder gar Empfehlungen? Holmes lächelte gefährlich. Na, nein. Die Meinung meines Kollegen Dr. Watson hier reicht mir völlig aus. Um aber alle Unklarheiten aus der Welt zu räumen, muss ich noch eine Frage stellen. Dr. Jekyll schluckte ihren aufkommenden Ärger mühsam hinunter. Sie trank einen Schluck Tee, wobei sie die Tasse nicht wirklich ruhig halten konnte. Dann forderte sie Holmes auf. Bitte, Mr. Holmes. Was möchten Sie wissen? Kennen Sie einen Dr. Henry Jekyll? Holmes hatte sehr direkt und sehr kühl gefragt. Nun ließ er die Dame nicht aus den Augen und hielt mit seinem stahlharten Blick den ihren im sprichwörtlichen Sinne geradezu umklammert. Dr. Jekyll krallte die Hände in die Lehne des Sessels, in dem sie saß, stellte die Teetasse viel zu fest auf das Tischchen zurück und antwortete in abwertendem Ton. Oh, dieser unmögliche Stevenson. Ich weiß nicht, was unsere Familie ihm angetan hat oder wieso er für seine unsägliche Erzählung unseren guten Namen verwendet hat, aber seit er vor neun Jahren diese völlig absurde und an den Haaren herbeigezogene Novelle in die Welt gesetzt hat, werden wir automatisch immer wieder damit in Verbindung gebracht. Ach, beruhigen Sie sich doch, meine Liebe. Sich derart zu erregen, macht es auch nicht besser. Sie wissen nicht, wie das ist, Doktor. Sie haben keine Ahnung, was mein Bruder, der zufällig auch Henry heißt, deswegen alles durchmachen musste. Holmes blieb völlig ruhig. Gelassen und sehr zielgerichtet fragte er. Sie wurden bei den Morden an Cecil Malone, Jeremy Hunt und William Murray von Scotland Yard hinzugezogen? Harriet Jekyll schien bei der plötzlich so konkreten Frage zu den Fällen, wegen denen wir ja eigentlich gekommen waren, unmerklich aufzuatmen. Sie wurde von jetzt auf gleich wieder ruhiger. Ihre Antwort kam klar und präzise. Das ist korrekt, ja. Bis man uns den Fall entzog und ihn der Zuständigkeit der Militärpolizei in Aldershot überantwortete. Bei den Toten wurde jeweils eine quadratische Karte mit der Abbildung des Janus-Kopfes gefunden. Auch das ist richtig. Es handelte sich jeweils um eine kunstvolle Zeichnung desselben. Dr. Jekyll wirkte nun wieder absolut professionell. Holmes hingegen ähnelte immer mehr einem auf der Lauer liegenden Raubtier. Waren die Zeichnungen auf allen drei Karten gleich? Absolut identisch, Mr. Holmes. Und, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, auch absolut meisterhaft in der Ausführung. Ich glaubte, bei diesen Worten fast schon so etwas wie Bewunderung in Jekylls Tonfall ausmachen zu können. Das irritierte mich etwas. Auch Holmes schien das nicht entgangen zu sein, denn er verstärkte die Intensivität, mit der er fragte. Sie haben eine der Karten an sich genommen. Vermutlich, um sie sich genauer anzusehen und sie zu analysieren. Also, wie interpretieren Sie dieses Symbol? Nun, Janus war einer der sogenannten älteren Götter im antiken Rom. Er ist sogar ursprünglich römisch, ohne Entsprechungen in anderen Mythologien. Janus, im Lateinischen mit einem I am Anfang, statt des bei uns gebräuchlichen Js, galt bei den Römern als Gott des Anfangs und des Endes. Sie finden ihn heute noch in der Bezeichnung Januarius für den Monat Januar wieder. Er symbolisiert die Dualität des Seins. Er steht dafür, dass alles immer zwei Seiten hat, ähnlich einer Medaille. Janus ist das Sinnbild für das Gegensätzliche in allen Dingen. Kurz, er verdeutlicht das Gute und das Böse in jedem von uns. Holmes nickte stumm, fixierte Jekyll jedoch immer noch mit angespannter Konzentration. Ach, das ist klassische Bildung, Doktor. Bücher wissen, dass sich jeder aneignen kann, der des Lesens mächtig ist. Ihre professionelle Deutung bitte. Sie wich seinem Blick nicht aus. Im Gegenteil. Sie schien das Duell anzunehmen, was sich da auf rein geistiger Ebene zwischen beiden abspielte. Also gut. Es gibt im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten. Entweder handelt es sich um die Visitenkarte des Mörders, der ein Mensch mit zwei Gesichtern sein muss, oder es ist ein Hinweis auf den Ermordeten und dessen zwiegespaltenes Wesen. In jedem Fall aber muss man den Anfang dessen suchen, was durch den Mord sein Ende gefunden hat. Hm. Sehr kryptisch, Doktor. Holmes zog seine Kreise enger. Könnte man ein solches Phänomen künstlich hervorrufen? Hm? So wie es Stevenson in seiner Novelle beschreibt? Auf gar keinen Fall. Das ist unmöglich. Nun schmunzelte ich unwillkürlich. Hier lag die Kollegin meines Wissens und meiner Erfahrung nach falsch. Das musste ich auch sofort kundtun. Sie vergessen die nachgewiesene Wirkung von Psychostimulantien, Doktor. Äh, denken Sie an den Teufelsfuß, Holmes. Doch mein Einwand beeindruckte Sie nicht im Mindesten. Das ist etwas ganz anderes, Herr Kollege. Das hier beschriebene Phänomen lässt sich medikamentös weder hervorrufen noch forcieren. Holmes lächelte eigentümlich, so als habe er sein Gegenüber endlich da, wo er es haben wollte. Damit wir uns richtig verstehen, Dr. Jekyll. Dann sind Sie also aufgrund Ihrer fachlichen Kompetenz nicht der Meinung, dass man mithilfe einer synthetisch hergestellten Droge die Persönlichkeit eines Menschen derart aufspalten kann, dass sich seine positive als auch seine negative Seite unterschiedlich manifestiert, ja, dass sogar eine morphologische Veränderung des Erscheinungsbildes damit einhergeht? Jetzt sah Dr. Jekyll Holmes an, als sei er nicht ganz bei Trost und schüttelte hernach heftig den Kopf. Um Gottes Willen, nein! Wie sollte so etwas möglich sein? Sie stimmen mir aber doch sicher dahingehend zu, dass es Krankheiten gibt, die den Körper eines Menschen verändern, deformieren, ihm ein gänzlich anderes Aussehen verleihen können und dass es auch psychologische Ursachen für eine solche Erkrankung gibt. Natürlich! Aber doch nicht in der Art und Weise, wie Stevenson es beschreibt. Es handelt sich dabei in der Regel um krankhafte Veränderungen des Knochenbaus und der Haut, die nicht so schnell rückbildbar sind und meistens enorme Narben und Nachwirkungen hinterlassen, sofern sie nicht zum Tode führen, Mr. Holmes. Ich hatte den Eindruck, dass sie immer noch nicht so recht wusste, worauf Holmes eigentlich hinaus wollte. Also sprang ich ihr bei. Ähm, ich möchte noch ergänzen, dass natürlich der langfristige, regelmäßige Konsum gewisser Drogen eine seelische Veränderung in den Patienten hervorruft. Denken Sie nur an die Raucher in den Opiumhüllen. Auch Ihr Morphium- und Kokainkonsum wird sich eines Tages bemerkbar machen, Holmes. Die Folge meines Lasters ist lediglich eine Erweiterung meiner geistigen Fähigkeiten, bester Watson. Nicht mehr und nicht weniger. Also bitte. Dr. Jekyll und ich sahen uns daraufhin betroffen an. Wir wussten wohl beide in diesem Moment, wie falsch mein Freund lag, der sich daraufhin völlig unerwartet erhob. Dr. Jekyll, ich denke, ich habe alles erfahren, was ich wissen wollte. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie uns geopfert haben und hoffe, dass ich Sie wieder aufsuchen darf, wenn ich weitere Fragen haben sollte. Dr. Jekyll und ich erhoben uns ebenfalls. Sie reichte Holmes die Hand. Aber natürlich, Mr. Holmes. Melden Sie sich aber bitte das nächste Mal vorher an. Dann werde ich mir die entsprechende Zeit gerne für Sie nehmen. Ich werde das Dienstmädchen anweisen, Sie nach draußen zu begleiten. Nicht nötig, nicht nötig. Bemühen Sie sich nicht. Wir finden den Weg hinaus auch so. Auf Wiedersehen, Dr. Jekyll. Holmes drehte sich auf dem Absatz herum und bewegte sich Richtung Ausgang. Ich wollte ihm folgen, wurde aber durch Dr. Jekyll daran gehindert. Sie ergriff meinen Arm und raunte mir so leise, dass Holmes es wohl nicht mehr hören konnte zu. Es würde mich freuen, verehrter Kollege, wenn wir die angenehme Konversation, die wir auf dem Kongress begonnen haben, bald einmal fortsetzen könnten. Besuchen Sie mich doch recht bald wieder. Dabei schienen Ihre Augen zu klühen und mich bis auf den allerletzten Winkel meiner Seele zu erfassen. Dann ließ sie mich endgültig los und ich folgte Holmes, wobei ich das eigenartige Gefühl hatte, auf Watte zu laufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Apartment von Sherlock Holmes und Dr. Watson in der Baker Street, 221 B in London, England, 1895, nachmittags. Auf der Rückfahrt verfiel Holmes wieder in sein, mir so wohl bekanntes, Schweigen. Es arbeitete in ihm und er versuchte die vielen Eindrücke, die er bislang erhalten hatte, wie die einzelnen Teile eines Puzzles oder Mosaiks gezielt in das deduktive Gedankenkonstrukt einzubauen, das sich gerade in seinem genialen Gehirn zusammensetzte. Ich war, was ich ehrlich bekennen muss, genauso schlau wie kurz nach dem Besuch von Major Wayne, bei dem er uns den Fall dargelegt hatte. Die einzige zusätzliche Erkenntnis, die ich gewonnen hatte, war, dass der Januskopf ein Sinnbild für einen Menschen mit zwei Gesichtern, für das spirituelle sogenannte zweite Gesicht und natürlich auch für das Phänomen der Persönlichkeitsspaltung war. Kaum in der Baker Street angekommen, schickte sich Holmes bereits wieder an, unser Domizil noch einmal zu verlassen. Er tat das, wie so oft, natürlich ohne mir zu sagen, wohin er sich begab, aber ich war mir sicher, dass er die Zeit einfach wie so oft brauchte, um über alles in Ruhe nachzudenken. Und wie es zu erwarten gewesen war, hatten sich seine Züge verändert, als wir bei einem späten Abendessen noch einmal aufeinandertrafen. Ich fand den typischen, fast schon süffisant zu nennenden Ausdruck auf seinem Gesicht vor, den er immer auflegte, wenn er einen Fall so gut wie gelöst hatte. Ich bemerkte aber auch noch etwas anderes, nämlich einen Schatten, der Besorgnis verriet. Natürlich fragte ich nach. Sagen Sie, Holmes, bedrückt Sie etwas? Diesen besorgten Gesichtsausdruck setzen Sie doch sonst nur auf, wenn etwas Unwägbares bevorsteht. Er blickte vom Essen auf, sah mich ernst an und nach kurzem Bedenken erklärte er. Unwägbar, ja. Ja, das ist das richtige Wort, bester Watson. Unwägbar ist das, was uns in dieser Angelegenheit noch bevorsteht. Holmes äußerte sich ja des Öfteren kryptisch und ließ mich zunächst darüber im Unklaren, was er mit seinen Aussagen meinte. Doch dieses Mal erzeugte der Unterton, den ich seiner Aussage entnahm, doch ein ziemliches Unbehagen. Also drang ich weiter in ihn. Wollen Sie mich nicht an Ihren Überlegungen und bisherigen Erkenntnissen teilhaben lassen, alter Freund? Vielleicht kann ich Ihnen ja sogar in entscheidendem Maße behilflich sein. Er lächelte humorlos. Da muss ich Sie enttäuschen, Watson. Das wäre wohl zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ratsam. Nicht... Nicht ratsam? Doch er winkte ab. Ach, ich denke, wir sollten zu Bett gehen. Morgen ist ein neuer Tag und wir werden sehr viel klarer sehen. Beide. Nicht wahr? Und gute Nacht. Damit erhob er sich, tupfte sich den Mund mit der Serviette ab und verschwand ohne ein weiteres Wort in seinem Schlafzimmer. Beunruhigt begab auch ich mich kurz darauf zur Ruhe. Auch wenn es mir nicht passte, würde ich wohl den kommenden Morgen abwarten müssen. Musik Im Schlafzimmer von Dr. Watson in der Baker Street, 221 B in London, England, 1895, kurz vor Mitternacht. So, ab hier übernehme ich. Endlich ist der alte Knacker eingeschlafen. Man muss schon mit enormer Dämlichkeit gesegnet sein, wenn man nicht mitbekommt, dass ich alles mit angehört habe. Dass ich in alles eingeweiht bin. Dass ich derjenige bin, der jede Fäden in der Hand hält und die entscheidenden Streppen zieht. Denn ich bin allgegenwärtig. Ich bin mal so frei und nehme mir, wie die drei Male zuvor auch schon, die alte Webli aus dem Sekretär. Zwei Kugeln sind ja noch drin, das müsste reichen. Ich stecke den Revolver ein und verlasse den Raum. Im Wohnzimmer genimmige ich mir noch einen Schluck von dem leckeren Bourbon, der mich aus dem Kabinett alkoholischer Getränke in der Ecke geradezu angrinst. Dann schleiche ich die Treppe hinunter, nehme Hut und Mantel vom Haken und öffne fast lautlos die Haustür. Der Schlüssel befindet sich in der Mantelkasche. Ganz hervorragend! Draußen nehme ich die Asbestedroschke und lasse mich im Eiltempo nach Amstead kutschieren. Was so ein zusätzlicher Severin bei einem Kutscher doch bewirken kann. Am Friedhof von Highgate steige ich aus. Hinter dem quietschenden Gatter führt im fahlen Mondlicht ein gewundener Pfad in den Totenwald. Ein hervorragender Ort für ein heimliches Treffen. Meinen Sie nicht auch? Bald schon sehe ich sie unter einem gewaltigen, weißen Engel mit gebrochenen Flügeln. Ich nähere mich ihr so lautlos wie möglich. Doch noch bevor ich sie ganz erreiche, dreht sie sich um und spricht mich an. Da sind sie ja endlich, mein Freund. Ich war mir nicht sicher, ob sie kommen würden. Sie spricht mit der gleichen sonoren, fast schon hypnotischen Stimme, die es mir schon bei unserem ersten Zusammentreffen angetan hat. Joshua Hamish hält immer sein Wort, Frau Doktor. Ich deute eine theatralische Verbeugung an. Mein Herrn, wie ich diese Frau begehre. Das würde ich nicht alles geben um sie. Haben Sie die Waffe dabei? Natürlich. Alles wie immer. Gut. Dann gehen Sie vor wie besprochen. Und vergessen Sie Ihre Januskarte nicht. Die führt die Polizei so schön auf eine falsche Spur. Sie hat wieder diesen begehrenswerten Befehlston. Herrlich. Da wäre allerdings noch etwas. Ach. Und das wäre, gnädigste? Dieser Sherlock Holmes. Er ist mir auf der Spur. Und damit sind auch Sie in Gefahr. Das stimmt. Ich habe es heute ja erlebt, wie er Ihnen zugesetzt hat. Erledigen Sie ihn, bevor er mit seiner Schnüffelei zu viel zutage fördert und unser Tun offenbar wird. Holla, na, die macht mir Spaß. Sherlock Holmes erledigen? Na, wenn es weiter nichts ist, kann auch das. Dem Klugscheißer würde ich sowieso über kurz und lang den Chaos machen. Warum also nicht schneller als geplant? Machen Sie es auf dieselbe Art wie bei den anderen. Gehen Sie kein Risiko ein. Doch heute Nacht erledigen Sie erst Nummer 4. Verstanden, Frau Doktor. Es wird alles zu Ihrer Zufriedenheit besorgt. Ich war, wie immer, Feuer und Flamme für alles, was Sie mir auftrug. Gut, Mr. Hamish. Dann machen Sie sich jetzt auf den Weg. Hier ist die Adresse, wo Sie die Zielperson antreffen werden. Ich warf einen Blick auf den Zettel. Das Old Inn. Das ist doch in der Nähe der Temse, oder? Ganz recht. Ist das ein Problem? Ist eine ziemlich zwielichtige Gegend. Hängt viel Lumpengesindel rum. Also nein, kein Problem. Wird ein Kinderspiel. Wusste ich es doch. Für Sherlock Holmes gebe ich Ihnen im Anschluss so viel Zeit, wie Sie nach eigenem Ermessen brauchen. Wenn Sie ihn erledigt haben, werden wir uns wiedersehen. Versprochen. Sie machte mich ziemlich heiß. Sie war eine Frau, die jeden Einsatz wert war. Ich bin schon unterwegs, Ma'am. Dann deutete ich es nicht mehr nur an. Ich verbeugte mich wirklich so theatralisch wie möglich und lief den Weg zurück, den ich gekommen war. An der Straße nahm ich wieder eine Droschke, die mich ins Hafenviertel brachte. Ich wusste nicht, wo der besagte Papa war. Sergeant Thomas Gray, die Zielperson, war dort Stammkunde. Er würde dasselbe Schicksal erleiden wie auch seine drei Vorgänger. Ja, während ich in sicherer Entfernung zum Old-In wartete, überlegte ich. Die Uhr zeigte fast Mitternacht. Hätte ich ein Gewissen, könnten mir die Kerle, die ich umgenietet hatte, und dieses Hirteopfer ja auch, ja leid tun. Doch ich hatte keins. Ich wusste ja noch nicht einmal, warum sie sterben mussten. Wahrscheinlich irgendeine alte Sache, die noch aus dem Krieg... Da! Die Tür öffnete sich und Cray kam heraus. Ja, das war er. Unverkennbar. Genau wie auf dem Foto, das ich von der Doktorin erhalten hatte. Und stockbesoffen wie die anderen auch. Es würde wirklich sehr einfach werden. Oh Jesus, ist das schön. Ich griff nach dem Revolver in meiner Tasche und ging auf Cray zu. Er sabberte und brabbelte. Du bist Zeug, woran sie stehen und besaß keine wirkliche Kontrolle mehr über seinen Gleichgewichtssinn. Er sah mich kommen, wie mich die anderen auch hatten kommen sehen. Auch er erkannte mich. John? Ja, du liebe Güte. Wo kommst du denn so plötzlich her? Ja, das muss ja vor einer Ewigkeit gewesen sein, dass wir uns zuletzt gesehen... Was... Was willst du mit dem Schießeisen, John? Verdammt noch mal, bist du übergeschnappt. Nimm das Ding runter. Diese Art Scherz ist mehr als unpassend. Und ich, ähm... Er benutzte sogar dieselben Worte wie sein Vorgänger. Ich stutzte. Irgendetwas war hier faul. Äh, ich hatte gerade ein sehr starkes Déjà-vu. Doch, doch das dürfte mich nicht von meinem Vorhaben abbringen. Ich zuck die Wäppli, hielt sie dem verblüfften Mann zwischen die Augen und drückte ab. Ein Klicken war die Folge. Verdammt! Hatte ich eine leere Kammer erwischt? Ich drückte noch einmal und noch einmal. Immer wieder dieses Klicken. Ich erkannte, dass ich getäuscht worden war. Dieser verteufelte Sherlock Holmes war mir auf die Schliche... Lassen Sie die Waffe fallen, Watson. Drehen Sie sich ganz langsam um. Ich tat es und... und sah drei Männer unweit von mir, von denen zwei eine Waffe auf mich gerichtet hatten. Äh... Einer trug eine Uniform. Werfen Sie die Waffe weg, Watson. Bitte... In dem Mittleren der drei erkannte ich... Sherlock Holmes. Ich habe die British Bulldog vorsichtshalber entladen. Sie ist sowieso leer. Ihre Auftraggeberin haben wir bereits auf dem Friedhof von Highgate festgenommen. Sie befindet sich in sicherem Gewahrsam. Der Uniformierte spannte den Hahn an seinem Revolver. Ich ließ die Waffe sinken. Ich werde sie jetzt festnehmen und ihnen Handschellen anlegen, Watson. Der zweite Bewaffnete war ein untersetzter, bulliger Typ mit enormen Tränensäcken. Ich kenne keinen, Watson. Mein Name ist Heimich. Joshua Heimich. Verstanden? Mir völlig gleich, wie du heißt. Mistkerl. Da! Nimm das! Diese Stimme hinter mir. Grey. Den hatte ich völlig vergessen. Ich drehte mich blitzschnell um, sah noch einen Schatten auf mich zurasen, dann... dann explodierten die Sterne und ich versank augenblicklich in dunkelster Nacht. Guck dir. D franchisen D mach ich nicht mehr so. Dresdolfe Ich bin Dresdolfe 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 Dresdoulfe Dresdolfe O Untertitelung des ZDF, 2020 In einer Kerkerzelle des Newgate-Gefängnisses in London, England, 1895, vormittags. Eine Kerkerzelle? Wie zum... ja, zum Donnerwetter nochmal, wie war ich denn hierher gekommen? Meiner letzten Erinnerung zufolge hatte ich mich doch am gestrigen Abend noch genüsslich in meinem Bett herumgedreht und war selig in Morpheus Armen entschlummert. Normalerweise wachte man dann am nächsten Morgen in demselben Bett wieder auf, in dem man sich am Abend zuvor zur Ruhe gelegt hatte. Und nicht auf einer dünnen, harten Pritsche in einer Gefängniszelle. Was um Himmels Willen war denn... Eine äußerst besorgte, mir jedoch wohlbekannte Stimme drang aus einiger Entfernung dumpf an mein Ohr. Ich wendete mich um und gewahrte Sherlock Holmes, dessen bleiches Gesicht sich hinter der Scheibe des kleinen, viereckigen Einlasses in der Zellentür abzeichnete. Ich fuhr hoch. Holmes, was ist hier los? Also, wenn das einer Ihrer derben Scherze sein soll, dann... Nein, nein, nein! Moment! Dann hörte ich, wie er vor der Tür jemanden anherrschte. Los, nun machen Sie schon auf. Ich verbirge mich für ihn. Dann hörte ich einen schweren Schlüssel, der im Schloss herumgedreht wurde. Alsbald schwang die Tür auf und Holmes trat ein. Hinter ihm wurde sofort wieder abgeschlossen. Bekümmert trat er näher und legte mir, ungewohnt gefühlsbetont, die Hand auf die Schulter. Und? Wie? Wie geht es Ihnen, alter Freund? Ich schüttelte verständnislos den Kopf. Mir würde es bedeutend besser gehen, wenn Sie mir verraten würden, was hier gespielt wird und warum ich einsitze. Er sah mich traurig an. Na, kommen Sie. Setzen wir uns. Damit ließ er sich auf der Plitsche nieder. Verunsichert folgte ich seinem Beispiel. Der... der gestrige Tag ist Ihnen noch bewusst? Natürlich. Ich... Gut. Gut. Sie... Sie erinnern sich an den Fall, den uns Major Wayne andrug und in dem wir zu ermitteln begannen? Sehr genau. Gut, gut. Und, äh, unsere Gespräche mit Jones und Dr. Jekyll? Ebenfalls. Ich weiß sogar noch, dass Sie mir beim Abendessen in Aussicht stellten, heute früh die Lösung des Falles zu präsentieren. Ja, nun, das, äh, das kann ich jetzt in der Tat, aber, aber, aber dieses Mal wird Ihnen die Lösung nicht gefallen, Bester Potzen. Sie werden sie in keiner Ihrer Erzählungen verwenden können. Ich sah ihn verunsichert an. In welche Posse war ich hier nur geraten? Äh, äh, was soll das heißen? Äh, ach, heraus mit der Sprache, Holmes! Er tat sich sichtlich schwer mit der Antwort. Was war denn nur geschehen, was ihn so dermaßen verändert hatte? Also, kurz und gut, der Mörder der drei ehemaligen Soldaten aus Ihrem Regiment sind... Nun ja, Sie selbst, lieber Freund. Sie haben die Männer mit Ihrer alten Webley erschossen. Ich hatte mit einem Mal das Gefühl, einen heftigen Faustschlag in die Magengrube erhalten zu haben. Tump und Taub fühlten sich plötzlich meine Glieder an. Ich verstand nicht wirklich, wie Holmes dazu kam, so etwas zu behaupten. Denn ich begriff die Welt nicht mehr. Wie kann das sein, Holmes? Ich erinnere mich nicht daran, irgendwelche Menschen, geschweige denn ehemalige Kameraden, erschossen zu haben. Wie soll das? Nein, 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 das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Hören Sie, ich war das nicht. Ich bin unschuldig. Ich könnte doch so etwas niemals tun, das wissen Sie, Holmes. Ich hatte mich in Rage geredet, doch Holmes drückte mich sanft wieder zurück auf die Pritsche. Beruhigen Sie sich doch, alter Freund. Beruhigen? Ich soll mich beruhigen? Angesichts eines solchen Vorwurfs? Sind Sie doch ganz bei Trost? Er wurde immer sanfter. Ein ungewohnter Ton, den ich bisher von ihm nur in Ausnahmesituationen gehört hatte. Hören Sie mir zu. Ich werde Ihnen die Hintergründe erklären und ich werde persönlich vor Gericht Ihre Verteidigung übernehmen. Haben Sie verstanden? Das verspreche ich Ihnen. Ich sank resignierend in mich zusammen. Gut. Gut, gut. Reden Sie schon. Wieder holte er tief Luft. Er wirkte auf mich wie jemand, der zentnerschwere Lasten zu tragen hat. Dann begann er. Okay, also. Vor etwa vier Wochen waren Sie auf einem Ärztekongress in Edinburgh. Das ist korrekt. Ja, und dort lernten Sie Dr. Harriet Jekyll kennen. Eine ungewöhnliche Frau, die Mitte der 70er Jahre in New York zum Doktor der Medizin promoviert wurde und sich nach ihrer Rückkehr nach London, vor allem in Polizeikreisen, einen gewissen Ruf als Koryphäe auf den Gebieten der Psychologie, der Neurophysiologie und der vergleichenden Verhaltensforschung erwarb. Ich dachte angestrengt nach. Dann schüttelte ich vehement den Kopf. Daran erinnere ich mich nicht, Holmes. Meines Wissens nach traf ich zum ersten Mal gestern auf Sie, als wir Sie besuchten. Er nickte langsam. Es lag nun eine seltsame Bitterkeit in seiner Stimme. Sehen Sie, und genau hier beginnt der eigentliche Fall. Wie man mir auf eine entsprechende schriftliche Anfrage aus Amerika mitteilte, ist Dr. Jekyll auch eine ausgezeichnete Fachkraft im Bereich der Hypnose und der medizinischen Chemie. Sie hat Ihnen ein Serum verabreicht und Sie anschließend dergestalt hypnotisiert, dass Sie sie vergaßen und fest daran glaubten, sie nicht zu kennen. »Unglaublich, Holmes!« Für einen kurzen Augenblick lächelte er. Doch es war keine Freude, lediglich wohl der Hauch einer vergangenen Zeit, an die er sich erinnerte, in der noch alles anders gewesen war. Darüber hinaus war Ihr Hinweis auf die Namensgleichheit mit einer Figur aus Stevensons Novelle, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde Gold wert. Ja, er brachte mich erst auf die richtige Spur, denn so unglaublich sich das jetzt auch anhören mag, nicht William Brody war Stevensons Vorbild, was sich mir ja auch schon nicht wirklich erschlossen hatte, sondern tatsächlich ein Dr. Henry Jekyll. In unserem Fall der Bruder von Harriet Jekyll. Was? Der Bruder, von dem Sie erzählte, der angeblich so unter der Novelle von Stevensons zu leiden hatte? Holmes nickte eifrig. Eben der. Stevenson muss ihn gekannt und dessen Schicksal minutiös in seiner Erzählung wiedergegeben haben. Henry Jekyll starb 1886 unter mysteriösen Umständen. Seine Schwester fand in seinem Laboratorium seine Aufzeichnungen und besagte Serum, mit dem Jekyll eine künstliche Persönlichkeitsspaltung herbeigeführt hatte. Doch das Serum war fehlerhaft gewesen. Jekyll hatte Mr. Edward Hyde erschaffen, den er schließlich und endlich nur noch auf eine einzige Art und Weise unter seine Kontrolle bringen konnte, nämlich indem... Nämlich indem er sich selbst tötete. Wie tragisch. Außerordentlich tragisch sogar. Doch seine Schwester forschte weiter daran. Sie verbesserte die Rezeptur, korrigierte die Fehler ihres Bruders und führte das Serum zur Vollendung. Und schließlich musste sie es nur noch testen. Mit dieser Entdeckung wäre ihr in der Wissenschaftswelt unglaublicher Ruhm zuteil geworden. Das stimmt allerdings. Nicht auszudenken, welche Möglichkeiten eine solche Entdeckung bei... der Heilung zum Beispiel der Schizophrenie bieten könnte. Unglaublich, Holmes. Unglaublich. Leider war Harriet Jekyll selbst psychisch krank. Was besonders tragisch ist, da sie wirklich eine brillante Ärztin war. Ich sah ihn überrascht an. Dann nickte ich zustimmend. Ja, Genie und Wahnsinn liegen oftmals sehr nah beieinander, Holmes. Sie war besessen von der Idee, eine... eine eindimensionale Persönlichkeit wie Mr. Edward Hyde erschaffen und... und kontrollieren zu können. Sie... Sie wollte sich mit seiner Hilfe an denjenigen rächen, die ihrer Meinung nach verantwortlich für den Tod ihres Bruders waren, doch... doch für dieses Vorhaben musste es ausgiebige Tests geben, eine geeignete Person musste her, jemand, der absolut integer und verlässlich war, dessen dunkle Seiten ihn aber auch zum Töten befähigten. Ab hier... ab hier wurde aus ihrer Besessenheit Wahnsinn und aus ihrem Wahnsinn Methode. Das... das klingt einleuchtend. Ja... Und zu diesem Zeitpunkt lernte sie... Sie kennen, alter Freund. Wahrscheinlich haben sie ihr von ihren Kriegserlebnissen in Afghanistan erzählt und von ihrer spektakulären Rettung durch ihre Kameraden. Oh je... Da hatte sie wohl den perfekten Kandidaten gefunden, wie? Genau so war es. Sie hypnotisierte sie, verabreichte ihnen das verbesserte Serum und... Und schon war ihr negatives Ich, Mr. Joshua Hamish, geboren. Das Perfide an der Sache war, dass sie es nicht merkten, wenn er die Kontrolle übernahm. Vermutlich hat sie es immer so gesteuert, dass sich ihr Wachbewusstsein im Zustand des Schlafes befand, was es Hamish sehr leicht machte, sich zu manifestieren. Ich versuchte, das Gehörte zu begreifen und nachzuvollziehen. Äh... Sie meinen also, ich ging als John Watson schlafen, stand dann kurz darauf, als Joshua Hamish wieder auf, verübte die Morde, legte mich wieder hin und wachte am nächsten Morgen nichtsahnend als John Watson wieder auf? Genau so verhält es sich, alter Freund. Holmes' üblicher Triumph, wenn er einen Fall aufgeklärt hatte, hielt sich merklich in Grenzen. Das spürte ich genau. Also schwieg ich einen Moment, auch um das Gehörte besser verdauen zu können. Ja, und... Und wie kamen Sie dahinter? Das erste Mal wurde ich argwöhnlich, als sie mir völlig unbedarft die Webley zeigten und nicht wussten, dass drei Patronen darin fehlten. So etwas war bei Ihrer soldatischen Akribie, mit der Sie Ihre Waffen zu handhaben wissen, schier unmöglich. Dann stieß mich die Karte mit dem Januskopf, die ich bei Jones zu sehen bekam, direkt mit der Nase auf das Phänomen der Persönlichkeitsspaltung. Ihr schlafendes, positives Bewusstsein hatte die Karte wohl als Hilferuf ersonnen. Jedenfalls wusste Dr. Jekyll nichts davon, bis sie es in den Polizeiakten fand. Das Verhalten von Dr. Jekyll, als wir sie besuchten, ihre Aussagen und Reaktionen passten alle ins Bild, welches sich mir nach und nach erschloss. Nun ja, und als wir zurück in der Baker Street waren, untersuchte ich, wie ich es ja schon am Vormittag vorgehabt hatte, ihre Garderobe und fand Schmauchspuren an den Ärmeln ihrer Oberteile. Tatsächlich? Wieso sind sie mir nicht aufgefallen? Holmes versuchte wieder, mich zu beruhigen. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie immer noch unter hypnotischem Bann standen. Dann stoppte er einen Moment und schnipste mit den Fingern so, als sei ihm gerade etwas Wichtiges eingefallen. Genau genommen stehen Sie immer noch unter diesem Einfluss. Aha. Und was tun wir dagegen? Nur Harriet Jekyll könnte den Bann lösen, doch das geht jetzt leider nicht mehr. Und wieso geht das nicht mehr, Holmes? Weil sie sich heute Nacht in ihrer Zelle das Leben genommen hat. Sie hat wohl ihr Kleid zerrissen und sich aus den Stofffetzen einen Strick geknüpft, mit dem sie sich erhangen hat. Oh mein Gott. Ich sank in mich zusammen. Holmes legte mir seine Hand auf die Schulter. Doch lassen Sie mich zu Ende kommen. Die Schmauchspuren waren das Puzzleteil, was mir noch gefehlt hatte. Ich beschloss, Anthony Jones und Major Wayne ins Vertrauen zu ziehen und wir entwickelten gemeinsam einen Plan, bei dem wir Sie, pardon, Ihr böses alter Ego Mr. Joshua Hamish auf Richard Hart ertappen wollten. Ich hätte mich am liebsten in einem Mauseloch verkrochen. So dermaßen peinlich war mir das alles. Was ja dann wohl auch gelang, nehme ich an. Ja, in der Tat. Wir hatten uns vor unserem Apartment in der Baker Street positioniert und sahen, wie sie um kurz nach elf Uhr abends das Haus verließen und eine Droschke bestiegen. Wir folgten ihnen zum Friedhof von Highgate, wo wir sie dabei belauschen konnten, wie sie sich mit Dr. Jekyll trafen und die neuesten Instruktionen entgegennahmen. Nachdem sie sie verlassen hatten, wurde Dr. Jekyll von einigen Beamten vor Ort festgenommen. Wir folgten ihnen weiter zum Hafenviertel, wo sie vor dem Pub Old Inn in Stellung gingen. Kurz darauf haben sie versucht, einen vierten Mann zu erschießen, doch dieses Mal hatte ich vorgesorgt und die restlichen Patronen aus der Webley entfernt. Der British Bulldog konnte nur noch bellen, aber nicht mehr beißen. Ich begann angesichts dieser Eröffnungen zu hyperventilieren. Ungeheuerlich, Holmes! Sie sehen mich hassenslos! Holmes wartete geduldig, bis ich mich wieder einigermaßen im Griff hatte. Dann beendete er schlicht seine Zusammenfassung der Ereignisse. Schließlich stellten wir sie und der stark alkoholisierte Soldat hinter ihnen hat sie mit einem Stein, den er irgendwo vom Boden glaubte, niedergeschlagen. Dann schwiegen wir. Es war ein gemeinsames Verharren, eine kraftvolle Bezeugung einer ungeheuren Verbundenheit, wie ich sie so nie wieder erleben würde. Irgendwann schaute ich zu Holmes hoch. Ich bin also lückenlos überführt des dreifachen Mordes und Mordversuchs auf frischer Tatertappt. Dem ist so. Ähm, das, äh, das bedeutet doch, das bedeutet doch die Todesstrafe für mich, Holmes. Ich war in diesem Moment seltsam klar. Ich, ich will Ihnen nichts vormachen, alter Freund, aber, aber ich versichere Ihnen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um sie frei zu bekommen. Und, und, äh, und wenn nicht? Bei den folgenden Worten sah ich zum ersten und einzigen Mal Tränen in Holmes' Augen. Ich, ich werde auf jeden Fall bis zum Ende an Ihrer Seite bleiben, alter Freund. Was soll ich noch viel erzählen? Was mich nun erwartete, war ein langwieriger Prozess, in dem verschiedene Gutachter, unter anderem auch Sherlock Holmes, gehört wurden, die alle bescheinigten, dass ich unter hypnotischem Einfluss, der durch die Wirkung einer synthetischen Droge verstärkt worden sei, gehandelt habe und für meine Taten nicht wirklich verantwortlich gemacht werden könne. Dennoch sprach mich der Richter unter Berücksichtigung der Schwere der Verbrechen, der Tatsache, dass ich ein ehemaliger Soldat war und des Rechtsgrundsatzes, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schütze, schuldig im Sinne der Anklage und verhängte die Todesstrafe, nicht ohne sein Bedauern über dieses Urteil zum Ausdruck zu bringen, dass er aber vor dem Hintergrund der Gesetze des Empire nicht anders habe fällen können. Die folgenden Wochen bis zu meiner Hinrichtung waren angefüllt mit schlimmen Zeiten quälender Einsamkeit. Lange Gesprächen mit Sherlock Holmes, Mycroft Holmes, Inspektor Lestrade, Detective Jones, Inspektor Craxton und sogar Mrs. Hudson, die mich tränenüberströmt besuchte. Als dann der Tag kam, verweigerte ich meine Henkersmahlzeit und betrat völlig ruhig den Raum, in dem der Galgen auf mich wartete. Ich war wie betäubt, als mir der Henker den Strick um den Hals legte und den Knoten sorgsam hinter das linke Ohr trappierte. Als Mediziner wusste ich, dass das die geeignetste Methode war, mir schnell und möglichst schmerzfrei das Genick zu brechen. Ich sah noch einmal in das wechselnde Gesicht von Sherlock Holmes, hörte noch seinen erstickten Zuruf, Wir sehen uns wieder, alter Freund! Dann stürzte ich ins Boden. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 von...? 여eren! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In the Baker Street, 221 B in London, England, 1895, gegen Abend. Ich fuhr schwer keuchend und nach Luft dringend hoch. Langsam klärte sich mein Blick. Ich ruhte in meinem Sessel am Kamin. Holmes saß mir gegenüber, die Pfeife im Mund, in die Times vertieft. Das Feuer prasselte anheimelnd und alles war wie immer. Holmes sah nun von seiner Lektüre auf und starrte mich prüfend an. Ist Ihnen nicht gut, Watson? Sie sehen so blass aus. Ich sah ihn immer noch ein wenig desorientiert, dennoch aber dankbar an. Ich bin kurz eingenickt, Holmes, und habe wohl schlecht geträumt. Ja, das ist ja auch kein Wunder bei der Lektüre. Er deutete mit dem Mundstück seiner Pfeife auf das Buch, das wohl während meines Schlummers aufgeklappt auf meiner Brust gelegen hatte, mir nun aber, infolge meines schnellen Auffahrens, in den Schoß gefallen war. Ich warf einen Blick auf den Titel. Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Natürlich, ein Strahl der Erkenntnis huschte über mein Gesicht. Na, da hatte sich mein Unterbewusstsein aber eine äußerst makabre Verarbeitung des Gelesenen einfallen lassen. Argwöhnlich griff ich mir an den Hals. Kein Strick. Gottlob. Tja, das ist ja, also, von so einem Schund kann man ja nur Albträume bekommen. Damit wendete er sich wieder der Lektüre seiner Zeitung zu. Ich erhob mich, um mich etwas frisch zu machen. Außerdem brauchte ich auf den Schrecken erstmal einen Scotch. Also goss ich mir ein Glas ein, verließ damit unseren Wohnraum und betrat mein Schlafzimmer, wo der Sekretär stand, der mich jetzt geradezu magisch anzog. Ich nahm einen Schluck und genoss für einen Augenblick die wohltuende Wärme des Getränks in meinem Hals. Dann stellte ich mich vor das Möbel, atmete tief durch, öffnete das Fach, in dem ich die alte Web-Lieferwarte und nahm sie heraus. Sie aus ihrem Tuch zu wickeln und in die Hand zu nehmen, war eine flüssige, tausendfach gewohnte Bewegung. Ebenso das routinierte Öffnen der seitlichen Patronenzuführung und das Kontrollieren der Kammern in der Trommel. Dann griff ich mit zitternden Händen nach dem Scotchglas und leerte es in einem Zug. Denn es fehlten drei Patronen. Musik 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 Sie hörten Sherlock Holmes und Dr. Watson, die alte Webley. Ein Sherlock-Holmes-Intermezzo aus den bisher noch unveröffentlichten Fallnotizen des Dr. John Hamish Watson. Es sprachen Sherlock Holmes, Gerd Haas, John Hamish Watson und Erzähler Peter Weyand, Joshua Hamish und Erzähler Peter Weyand, Major Peter Wayne, Christopher Cousin, Athelny Jones, Andre Poulis, Major Cecil Malone, Raimund Becker, Sergeant Thomas Gray, Alexander Meidinger, Harriet Jekyll, Konstanze Buttmann, Ansage 1, Daniela Günther, Ansage 2, Gerd Haas. Creative Consultant Thomas A. Herrich, Sounddesignmischung und Master Gerd Haas, Musikkomponist und Interpret Karl-Heinz Herrich, Titelillustration Eckhard Schneider Buch, Regie und Schnitt Peter Weyand Das Hörspiel basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Peter Weyand. Alle in diesem Hörspiel geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt. Eine Produktion von PuzzleCats Entertainment 2018 Untertitelung des ZDF, 2020